Zu der Fortsetzung vom vorherigen Livestream. Mit dabei ist Paul wieder. Ja, jetzt zocken wir mal Fortnite. Vorher haben wir Rocket League in der Stunde gezockt. Jetzt zocken wir mal Fortnite, ne? Soll ich mir diesen, wenn du in den IT-Shop gehst, dann den ganz rechten Schattenboxer. Soll ich mir den holen? Egal. Vielleicht hol ich mir. Aber ich würde erst die... Diese Kriss-Kurse ist geil. Aber ich hab halt nur 400 von 500. Mal gucken, ob wir heute einen epischen Win holen. Wenn nicht, dann haben wir... Dann sind wir einfach keine Skiller, ne? Das ist halt so, ne? Yes! Here we go, boys! Here we go! Vielleicht noch bereitstellen. Ja, könntest du ja machen. Könntest du ja mal machen, ne? Hier mal nach hinten stehen. Ich versuch's auch noch. Ich nehm den hier. Ah, lol. Ja, ich hab's noch geschafft. Oh! Lui! 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 Okay, komm! Mal gucken, ob jetzt ein paar Zuschauer kommen. Vielleicht. Wissen wir nicht. Ich hoffe mal. Dann verpassen so alle in epischen Windows. Das landet wieder 10.000. Hier. Ach du Scheiße. Ich hab doch jetzt schon keine Lust, ne, Alter. Ich lande auch bei der Villa, ey. Ich lande gar nicht bei der Villa. Ja, ich bin tot, ne? Ey, ich lande nie wieder im Pläsenpark. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Alles klar. Vor allem, wenn die Zone... Vor allem, wenn der Bus das lang fährt, da hab ich keinen Bock, Alter. Oh ja, moin. Ich muss die Vf. Hey, ihr kriegt mich doch safe, keiner, oder? Nö, überhaupt nicht. Kommt jemand. Oh mein Gott, Alter, jetzt gibt er mir die Kombo. Wollen wir mal die jute alte Kruppenkeile spielen? Können wir machen, ne? Dann mach mal Kruppenkeile. Ich hol mir kurz ne Orange. Ja. Mach dich wenigstens aufbereit. Mal gucken, ob ich viele Kills in Kruppenkeile mache. Ein Zuschauer haben wir schon. Wahnsinn, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Ohne! Nee, Moment mal... Immer chillt! Ja, nächstes Mal... Moin! Ja, nächstes Mal... Mach's halt mal bitte... ...nicht auffüllen. ich bin jetzt rausgesprungen jetzt schon rausgesprungen es ist immer perfekt, dass wir in Tilde sind, weil dort die kleine Zone ist schon ganz neu die Orangen sind das beste auf der Welt genau da wo ich markiert hab da ist schon einer, ne da geh ich da nicht hin tschüss tschau mit Pfachau schön mit Öl, ne ich weiß nicht, schon jeder in der ist es hat schon wieder geblitzt oh mein Gott, ja grüne Sturmgewehr, meine Rettung ja da ist ein Gegner bist du überhaupt gelandet da ja ja moin Digga ich hab ihn gekillt Digga ja ja ich hab ihn nur ne Pamp gehabt, das ist sehr unfähig ey also echt mal unfähig, aber wie geht's nicht wahrscheinlich in die Richtung, oder? scheißkarte ich brauch nur ne Pamp ich brauch nur ne Pamp hast du ne Pamp? ja ja Mann, ich bin tot weil mich jemand mit ner Spitzhacke und mit ner Pamp geholt hat ey bei dem oh ne, jetzt land ich ja ja ok, ich hab gute Waffen ok, das geht das geht ich hab so wichtige Dreckswaffen ey kann der denn irgendwo mal ne Pamp liegen? um die Ecke mir reicht schon ne grüne Pamp ey mir reicht ne ne pinke Pamp hat's denn Wind, oder was? scheißkarte hier liegt Pamp-Mummi wie ist irgendwo ne wo er die höre ist? ich hab fast alles in blau, Alter ohhh goldenes schweres Stromgewehr und ein Greifer und du freust dich wegen sowas hey, du freust dich wegen goldenes schweres Stromgewehr ich hasse das, Alter bitte ne Pamp nein, natürlich nicht hey, es ist nice ne, ich hab alles blau ich hab blaue Stromgewehr blaue Pamp, blaue Maschinenpistole und ne epische Mennigan hier, also ich bin die ganze Zeit an der Pamp vorbei gelaufen genau so genau ich brauch ja eigentlich keinen Greifer mitnehmen wenn wir schon ja, und ich krieg jetzt auch ein goldenes schwere Sturmgewehr wer denkst du ich nimm das mit? nee Junge, ich hasse das, ich hab kein Aim damit ich hab gar keiner gegen das Aim hey, ich hab schon nen Kill? stimmt hey, da hast du nen Kill und ich nen Kill deswegen haben wir zwei Pils insgesamt Will Hallo Herr Schimm Will is fuck oh moin Ding oh hier Alter, ich geh zum hey, da passt doch aber auf, ey naja, ist gut, geil ey, ich will da hin, ich will da hin ne, der nimmt mir jetzt die goldene Waffe weg dann ist es hier aber komplett vorbei dann ist es hier aber komplett vorbei ah, das ist, oh mein Gott ja, okay schwere Scharfschutzung, wie der Wehr kann zum Leben ah, ich seh jemanden ich hab gar keinen Aim so, ich hab jemanden mit ner Minigun gekillt ey, wie jetzt geh, geh woanders hin, Digga, bitte ich hab keinen Bock, dass du jetzt hier aufgehst hm ich mein, mein Mitspieler ich weiß ah oha oha, schießt den auf mich okay eine goldene MP Digga, mit dem Gefangenen-Skin weiß hier ist ne Minigun, aber das nehm ich nicht mit goldene Minigun? oh, geil ja ja, als wenn er voll Schild hat, Digga wo lebt der denn? er hat echt voll Schild, ne? absolut Wahnsinn, ne? geil, dann nehm ich die goldene Minigun mit, ey mach das Greifer, geil ey, ich find das schwere Sturmgelein ist übelgeil hier, die kann ich ja wie ne Rache aus der Luft Junge, wie viel hat denn der gehabt, wie viel Leben, alter oder? oder? oha hoppen oha, hier ist noch einer Leute, hoppen hey, ich hab einfach random geschossen, ne? hoppen sieben und bei dir hoppen achter kill den haben ich glaube, sie alle fallen hoppen 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 erbollen nice Das war 11 Külse. Ist hier jemand? Hä? Hat mir gerade gefossen, Alter. Ich will mal wieder Dings essen. Juhu, der alte Schlumpenteil. Ey, lol. Was tun das? Ich hab nichts gemacht. Ey, das war der hinter dem. Achso, lol. Unerre, Mann. Aber wo sind denn hier die Gegner? Die sind hier oben. So, ja. 38 Geld. Und den Ballon runtergehauen. Ey, ich find die so nice, Digga. Was hast du denn dagegen? Ich hab ihn gekillt mit dem Headshot mit dem Schwert losgewerfen. Ach. Hä, was denn? Du findest das kacke? Junge, ich find's einfach nur... Weil ich hab eh keinen Aim damit. Ich find's einfach nur Scheiße. Ich find das so nice. Zehn Minuten später. Ich fällter Scheiße. Ich fällter Scheiße. Adam. Adam sucht eh was. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ja, ich bin tot. Bruh. Ich kenne ihn hier. Ich schau'n hinten! Was? Was auf, hinter dem? Digga, was ist denn mit dem los, Alter? Was hält das denn? Hier geht erstmal der Spritzack mit an. Hier geht es um den Rufbord. Wir alle drauf schießen, ey. In die Army. 17. Hä? Ich hab nicht mal einen neuen. Wo ist denn hier jemand? Wer schießt denn hier auf wen? Ich hab ja noch Freunde. Hey, scheiße. Das ist mein neuntackel. Scheiße. Ach so, geil. Scheiße. Ey, mein Aim ist so geil, ne? Nun, ich bin tot, weil ich tot bin. Ich bin tot, weil ich tot bin, ne? Also, ihr versteht das doch mal. Hä? Was? Hä? Was denn jetzt passiert?